So, herzlich willkommen zu meinem Videoblog. Mein Name ist Mira, Mira Mann im roten Anzug. Heute sprechen wir über eine Technik des Energy Flow, nämlich das Google-Prinzip. Du kennst Google. Google hat eine Suchleiste und in dieser Suchleiste kannst du eine Frage stellen oder einen Begriff eingeben und Google wird dann genau nach diesem Begriff suchen. Du kannst dann diesen Link anklicken und dann es vertiefen. Es gibt dir verschiedene Antwortmöglichkeiten. Stellen wir uns vor, in deinem Leben passiert dir etwas, was nicht so schön ist, was unangenehm ist, wie auch immer etwas Negatives. Und du stellst dir die Frage, warum passiert mir das? Warum geschieht dies gerade? Warum muss es gerade jetzt passieren? Warum muss es immer mich treffen? Und diese Frage stellst du dann hier bei Google rein. Google wird dann nach diesen Antworten suchen. Deswegen passiert dir das und darum passiert dir das und deshalb. Das heißt, du wirst dich mit dem Problem beschäftigen. Besser ist es, wenn du dir die richtige Fragen stellst. Was kann ich aus dieser Situation lernen? Was habe ich davon? Das war ein Seminar. Was kann ich aus diesem Seminar für mich rausschlagen? Was ist die gute Seite dieser Medaille? Und diese Frage stellst du dann hier und Google wird auch dann nach den richtigen Antworten suchen. Du kommst in einen Zustand, wo du dich besser fühlst. Du hast dann die Möglichkeit, nach den Lösungen zu suchen. Deine Konzentration wird nicht mehr auf dem Problem sein, sondern auf der Lösung. Und es gibt ein Zitat, die Qualität der Fragen bestimmt die Qualität unseres Lebens. Mit dieser Technik wünsche ich dir viel Spaß, viel Erfolg und dass du die Qualität deines Lebens damit steigerst. Dein Mira bis demnächst.